Wir nennen oft so den Begriff Schweinehund, ja, aber ich sag dir was, da gibt es noch mehr als den Schweinehund. Der Schweinehund, das ist Kindergarten. Schweinehund ist Kindergarten, ja. Der richtig harte Gegner bist du in deinem vollen Bewusstsein mit deinen Ängsten, mit deinen Erkenntnissen. Boah, bin ich überhaupt noch richtig? Ja, weil wenn du die Komfortzone verlässt, das ist wie beim Sterben, den Weg gehst du erst einmal allein. Ja, selbst wenn du einen guten Coach an der Seite hast, einen guten Mentor an der Seite hast, ja. Letztendlich gehst du diesen Weg allein, bis du durch bist und irgendwie erkennst, oh mein Gott, da sind ja noch mehr meinesgleichen, ja. Aber bis das wirklich gelungen ist, und das passiert jetzt in kurzen Abständen immer wieder, das sind so Phasen, so Etappen, das sind so Wellen, ja, die wirklich jetzt auch ganz neue Bereiche ansprechen.